Die USA untersuchen derzeit ein mögliches Leck streng geheimer Informationen über Israels Pläne für Gegenangriffe auf den Iran. Laut CNN wurden die Top-Secret-Dokumente zuerst auf Telegram veröffentlicht und kursieren seit Freitag im Netz. Sie beschreiben detaillierte Vorbereitungen israelischer Luft- und Drohneneinheiten der letzten Tage. Das Leck, das wird als zutiefst beunruhigend eingestuft. Vor etwa zwei Wochen hatten Irans Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Und Ministerpräsident Netanyahu kündigte daraufhin Vergeltungen. Nach wie vor offen ist, wann und wie Israel zurückschlagen wird. Und da fragen wir nochmal nach bei Tatjana Ohm für uns in Israel. Guten Morgen, Tatjana. Wie kann es denn sein, dass so streng vertrauliche Dokumente der US-Geheimdienste im Netz kursieren? Und wie brisant sind diese wirklich? Also auf den ersten Teil deiner Frage kann ich nur sagen, gute Frage kann ich leider auch nicht wirklich beantworten, wie das sein kann. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die diversen amerikanischen Geheimdienste da im Moment auf der Suche sind, wer für dieses Leck verantwortlich ist. Weil das Interessante ist ja eben in der Tat, dass die Echtheit der Dokumente nicht bestritten worden ist. Jeden weiteren Kommentar hat man aber eben auch nicht gegeben, wenn es um die Details geht. Was steht da drin in diesen Dokumenten? Nun, nach unserem Kenntnisstand werden da relativ detailliert zum Beispiel Übungen beschrieben, die die israelische Luftwaffe hier durchgeführt hat. Mit Aufklärungsmaschinen, mit Kampfmaschinen, mit Kampfflugzeugen sozusagen. Da hat man offenbar geübt, wie dieser Angriff auf den Iran, dieser Vergeltungsschlag möglicherweise aussehen könnte. Interessant aber auch, dass die Amerikaner eben über so detaillierte Informationen von den Israelis offenbar zu verfügen scheinen. Und interessant auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt hier in Israel das von offizieller Stelle noch nicht wirklich weiter kommentiert worden ist, was nicht heißt, dass es nicht noch kommen könnte. Im Beitrag eben, den du kurz anmoderiert hast, hast du ja auch schon gesagt, es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht klar, wann dieser Vergeltungsschlag stattfinden könnte. Große Frage jetzt hier natürlich auch, ob die Tatsache, dass offenbar einige Details der Übungen dieses Vergeltungsschlags veröffentlicht wurden, ob das möglicherweise dazu führen könnte, dass man das Ganze noch einmal abändert, dass bestimmte Details, die da vielleicht jetzt doch veröffentlicht wurden, noch einmal verändert werden, um eben dann doch am Ende des Tages so eine Art Überraschungsmoment auch zu haben, wenn es darum geht, diesen Vergeltungsschlag durchzuführen. Also wie gesagt, von israelischer Seite ist das bislang noch nicht kommentiert worden. Und das wirklich Interessante ist aber eben, dass die Echtheit der Dokumente nicht dementiert worden ist. Das heißt, da gibt es offenbar ein Leck auf amerikanischer Seite. Und ich bin mir sehr sicher auch, dass die Israelis da jetzt Druck ausüben werden, herauszufinden, wo ist dieses Leck, wer ist dafür verantwortlich und welche Motivation könnten der oder diejenigen gehabt haben, diese Details zu veröffentlichen. Ja, sehr brisant. Das wird wohl noch ein großes Nachspiel haben. Danke, Tatjana, um für deine Einschätzung aus Israel.